Das Fußballspiel hat über die Jahre zahlreiche Revolutionäre hervorgebracht. Unaufhörlich und unaufhaltsam entwickelt sich der Sport weiter, ohne dabei je ins Stocken zu geraten. Und immer, wenn es scheint als sei ein Plateau erreicht, tritt jemand auf den Plan, dem es gelingt, das Rad neu zu erfinden. Manchmal kommt diese Art Revoluzzer in Form eines Spielers, manchmal ist es ein unkonventionell denkender Coach, manchmal eine Kombination aus beidem. Hier sind acht dieser in der Fußballwelt verehrten Personen, die in diese Kategorien gehören. Manchmal treten in der langen Geschichte des Fußballs Spieler auf, die ein Synonym für bestimmte Positionen auf dem Spielfeld werden, insbesondere, wenn die Positionen ungewöhnlich erscheinen. Aber nur eine Handvoll Profis können eine Position so sehr ausfüllen, dass sie nach ihnen benannt wird. Genau das jedoch ist Claude Makelele im defensiven Mittelfeld gelungen. Die Aufgaben eines Spielers, mit der Makelele-Roll? Ganz einfach, jede Nuance des Spiels peinlich genau analysieren und entsprechend handeln. Kinderspiel Johann Cruyff kann vielleicht nicht von sich behaupten, eine ganze Position nach sich benannt bekommen zu haben. Mit dem Cruyff-Türn brachte er jedoch das technische Level des Fußballs auf ein neues Niveau. Schön anzusehen ist das Kabinettstückchen des Holländers, das seit FIFA 18 sogar auf der Konsole möglich ist. Doch natürlich ist das nicht alles, was Cruyff geleistet hat. Seine herausragende Arbeit als Trainer des FC Barcelona legte den Grundstein für vieles, was wir am heutigen Fußball so lieben. Kein schlechtes Portfolio für den Revolutionär. Xavi Hernández, das ist einer der Namen, die für immer mit genau der Philosophie in Zusammenhang stehen werden, die Cruyff in seiner Zeit bei Barca etabliert hat. Der Moment, der den Spanier jedoch zur Legende werden ließ, geschah im Trikot seiner Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2008. Selbstverständlich galt er damals schon als Weltklasse-Fußballer, aber die Extraklasse, mit der Xavi bei dem Turnier in Österreich und der Schweiz sein Passspiel zelebrierte, zeigte ganz Europa, dass diese Philosophie nicht nur im Verein, sondern auch auf internationaler Ebene funktionierte. Um zu erfahren, welch immensen Einfluss Sir Bobby Robson auf den Fußball hatte, muss man nur jene über die Trainerlegende sprechen hören, die das Privileg hatten, von ihm trainiert zu werden. In seiner Karriere perfektionierte der Pionier die Künste der Motivation und des Aufbaus von Selbstbewusstsein. Weil seine Liebe für das Fußballspiel so ansteckend war, war sein Bund mit den Fans so stark wie bei kaum einem anderen im Profigeschäft. Wenn man dann auf die große Zahl an Spielern und Trainern guckt, die sich unter Anleitung des Großmeisters zu einigen der besten Taktiker dieser Generation mauserten, so ist nicht zu bestreiten, dass der Engländer das Spiel genauso gut verstand wie seine Spiele. Was muss man noch über Lionel Messi sagen? Sehr, sehr, sehr wenig, wir wollen es dennoch versuchen. Denn der Argentinier hat die Parameter, anhand derer wir Angreifer bewährten, rundum verändert. Seine Torerfolge und kreativen Heldentaten auf dem Feld, die uns fast wöchentlich aufs Neue zum Staunen bringen, lassen alle seine Offensivkollegen im Vergleich häufig alt aussehen. Und das von einem Mann, dem vorausgesagt wurde, er werde nie groß genug sein, um am professionellen Fußball mithalten zu können. Keine Revolution ist jemals zu 100% aus einer Feder. Es gibt immer Einflüsse, Eckpunkte an denen man sich orientiert, während man versucht, die Grundlage für etwas völlig Neues zu schaffen. Genau das ist es, was Pep Guardiola getan hat. Anhand der Lehren, die ihm unter anderem zwei der bereits gelisteten Revoluzzer, Johann Cruyff und Bobby Robson, mit auf den Weg gegeben hatten, formte er einen völlig neuen Spielstil für den heutigen Wettbewerb. Und bisher fährt er damit ganz gut. Die Premier League für das 21. Jahrhundert präsentabel zu machen. Der Name mag dieser Tage nicht mehr sonderlich im Mode sein. Wer jedoch auch nur mit halbem Ohr die Nachrufe verfolgt hat, die seit seinem Abschied vom FC Arsenal verfasst, verlesen und gesungen wurden, der weiß, warum er auf dieser Liste steht. Als sein Wenger ist es fast im Alleingang gelungen, seine Innovationen waren unzählbar, sein taktisches und ökonomisches Verständnis unfehlbar. Unterm Strich war der Belgier ein Pionier, nur vielleicht einer, der ein wenig zu spät, die Fackel abgegeben hat. Der unübertroffene Fußballanführer des Jahrhunderts, vielleicht sogar aller Zeiten. Die Liste an Auszeichnungen, Preisen, Trophäen und Ehren, die Sir Alex Ferguson über die Jahre verdient und erhalten hat, würde den Rahmen des Artikels sprengen, deshalb nun keine Aufzählung. Aber man weiß ja, was der 77-Jährige alles geleistet hat, und wenn nicht, hat man einiges nachzuholen. Ich habe in meinem Leben noch nie auf Unentschieden gespielt, dieses Zitat fasst den unsterblichen Ferguson auf eine Weise zusammen, auf die es uns normal Menschen nie gelingen könnte. Der Artikel wird euch präsentiert von Alita, bald in den Kinos, seht euch den Trailer an. Der Artikel ist wegen der Angelegenheit, die Nachdengelegenheit, die Nachdengelegenheit an.